Herzlich Willkommen zum 5. Tag meiner New York Reise. Wir sind jetzt hier wieder mitten in New York am Times Square und wir fahren jetzt mit dem Boot bis nur um die Südspitze von New York rum. So, wir haben die Karten für unsere Bootstour jetzt schon geholt. Die ist aber irgendwie erst in eineinhalb Stunden. Und schaut mal, hier im Hafen steht einfach ein riesen Flugzeugträger rum. Also ist echt krass. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind von jedem tollen Boot jetzt wieder runter. Es hatte sogar Free Wifi, war aber extrem langsam, Leute. Wir haben jetzt sogar noch was Freshes gegessen und jetzt weiß ich gar nicht genau, was wir noch so machen. Ja, Leute, wir waren dann noch ein bisschen im Central Park, aber ich habe überhaupt nichts mehr gefilmt und jetzt haben wir uns gerade noch ein bisschen was zu essen geholt hier in Chinatown. Welcome to Chinatown. Und dann war es das jetzt mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Daumen oder ein Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, Leute. Haut rein! Bis dann, Leute. Ciao! Gut. ALL die